Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren, wenn ihr euch jetzt wieder eingeschaltet habt und ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog. Es ist jetzt gerade genau 8.05 Uhr, wenn ihr mal das hier erkennt könnt, genau. Und heute steht tatsächlich noch einiges an, Videokonferenzen wegen Schule. Tim kommt später noch rum und mein neuer Schreibtisch ist auch noch nicht ganz fertig aufgebaut. Deswegen dachte ich, nehm ich euch mal wieder mit. Vlogs sind mega geil gekommen, also macht mir Spaß, kommt bei euch gut an. Und jetzt findet ihr euch ganz viel Spaß mit dem Video. Schaut mal Freunde, wer hier wieder chillt. Liebe Bonny. Bevor hier allerdings irgendwas passiert, werde ich jetzt erstmal essen. Ich würde schon sagen, dass mir gesunde Ernährung tatsächlich wichtig ist. Ja, wurde bei mir groß geschrieben. Ich habe gerade aus dem Fenster geguckt und Leute, es ist einfach übel schön und es hat einfach mega geschneit. So Freunde, ich habe jetzt meine Mathe-Videokonferenz. Ich bin schon mega vorbereitet, freue mich mega. Grüße gerne aus meiner Mathelehrerin, dass wir unsere Kamera nicht anmachen müssen, weil dann kann ich nämlich im Bett chillen. Bitte sagt das meiner Mathelehrerin nicht. Äh ja, ich habe dann auch eigentlich keine Lust mehr. So Freunde, meine Schreibtischplatte von meinem neuen Schreibtisch ist gerade... Alter, meine Kamera ist voll dreckig. Meine Schreibtischplatte ist auf jeden Fall gerade gekommen von meinem neuen Schreibtisch. Sorry, erstmal nochmal an den Postbutton, aber die muss jetzt noch hier aufgemacht werden. Dann ist er endlich fertig und das mache ich jetzt. So Leute, wie vorhin schon angekündigt, der liebe Tim ist jetzt da. Voll lange nicht mehr gesehen. Alter, hier spiegelt es jetzt mega. Ähm, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt heute einfach mal so kostenlos Werbung auf Ehre. Ähm, ja, wir haben ein bisschen gearbeitet. Chillen jetzt ein bisschen. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Mega nice hier. Wir haben inzwischen den nächsten Tag, Tim war gestern noch bis 21 Uhr. Wir haben noch Chicken Wings gegessen, hatten die ganze Zeit halt gearbeitet. Mein Schreibtisch-Setup, mein Schreibtisch-Setup ist fertig. Ähm, das hatte ich noch aufgebaut, bevor Tim kam. Ich will noch nicht zu viel zeigen, weil es kommt noch eine Roomtour. Und, ähm, deswegen, äh, kamen jetzt auch ein bisschen unregelmäßig Videos, äh, wegen Schreibtisch, weil ich musste halt neu aufkommen und dann kam der nicht wegen DHL, was weiß ich was. Jetzt, äh, werden auf jeden Fall wieder mehr Videos kommen. Falls euch der Vlog gefallen hat, äh, lasst einen Daumen oben da. Sorry, falls er ein bisschen kürzer ist, weil es ist halt nicht so viel passiert. Auf der anderen Seite wollte ich euch aber mal wieder mitnehmen. Äh, falls ihr mehr Vlogs sehen wollt, lasst einen Daumen oben da. Schreibt mir in die Kommentare, weil ich es sonst so bringen kann. Und jetzt wünsche ich euch auch einen wunderschönen Tag. Heut rein, Leute. Ciao.